Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem fünften Video der Playlist und in diesem Video zeigen wir euch wie wir eine Raute konstruieren können, ihr seht es hier schon, eine Raute und zwar das Ganze mit dem Zirkel. Hier habt ihr die Aufgabe, wir geben euch ein bisschen Zeit das zu probieren, wir zeigen das natürlich gleich. Probiert das mal um pausiert. Als ersten Schritt nehmen wir uns ein Lineal oder ein Geodreieck und messen mal 3 cm ab. Von 0 bis 3, das kriegen wir glaube ich alle hin. Machen mal einen Strich mit einem Bleistift bitte. Das heißt einen 3 cm langen Strich, wichtig. Dann nehmen wir uns als nächstes unseren Zirkel. Wir stechen mit unserem Zirkel auf die eine Seite, bis zum anderen, auf das eine Ende und richten den Zirkel so aus, dass die Mine auf die andere Seite ragt. Das heißt wir haben den Zirkel jetzt auf 3 cm eingestellt und jetzt machen wir einen Kreis. Also wir machen jetzt einen Kreis mit einem Radius von 3 cm. Wenn ihr jetzt den Kreis habt, ist es schon mal ganz gut. Jetzt nehmt ihr den Radius, diese 3 cm, den ihr hier schon eingezeichnet habt und jetzt verlängert die ein bisschen. Ihr seht hier so eine gestrichelte Linie, den verlängert ihr auch ein bisschen. Jetzt die Frage, wie lange? Ganz wichtig, weniger als 3 cm. Weil 3 cm steht ja in der Aufgabe, das soll die Seitenlänge sein und das macht ihr auf jeden Fall weniger. Mach zum Beispiel 2 cm, ein bisschen weniger und dann macht ihr ein kleines Kreuzeln. Wichtig ist jetzt, wenn ich jetzt 3 cm abmessen würde, in diesem Fall messe ich das mal ab mit dieser blauen Linie jetzt hier, bin ich in dem anderen Kreis drin. Das ist die Grundvoraussetzung und jetzt kann ich mir wieder einen Zirkel nehmen. Den Zirkel steche ich bitte wieder mit der Spitze einmal in diesen neuen Mittelpunkt ein und die Mine, also ich rechte den wieder so aus, dass er genau 3 cm lang ist, der ist genau jetzt hier am anderen Ende von dieser blauen Linie und von hier aus drehe ich mir jetzt wieder einfach einen Kreis. Den drehe ich einfach mal, bitte einmal ganz rumdrehen und jetzt sehen wir schon, der schließt sich am Ende, ist auch ganz gut. Jetzt habe ich wieder einen Kreis mit einem Radius von 3 cm. Jetzt gibt es zwei wichtige Punkte, das sind die Punkte, wo sich die beiden Kreise schneiden. Einmal hier oben gelb markiert und hier unten gelb markiert. Die beiden Punkte sind die wichtigen. Ihr hättet auch gar keinen ganzen Kreis zeichnen müssen, ihr hättet auch nur so einen kleinen Kreis zeichnen müssen, also einen Kreisausschnitt. Hauptsache ihr habt die beiden Schnittpunkte, wo sie sich schneiden würden. In diesem Fall haben wir hier einmal, wie gesagt, hier oben gelb und unten gelb einmal markiert. Das sind die Schnittpunkte und das sind unsere Eckpunkte von der Raute. Jetzt haben wir einmal hier rot, rot, gelb, gelb. Jetzt müssen wir einfach nur die Eckpunkte miteinander verbinden. Wir nehmen uns ein Lineal oder ein Geodreieck und jetzt verbinden wir einfach wieder die roten Punkte, einmal rot mit gelb. Ihr seht schon, und da sieht man gleich, da wird gleich die Raute entstehen. Wir legen das Geodreieck auch hier an oder das Signal, ist egal, irgendwas Gerades. Und wir machen einfach hier unten weiter, ihr seht es. Ziehen einfach eine gerade Linie bis zu dem nächsten Punkt und gleich sind wir fertig. Jetzt haben wir noch die letzten beiden Punkte, die wir miteinander verbinden müssen. Und dann seht ihr schon, das ist unsere Raute. Diese Raute hat eine Seitenlänge von drei Zentimetern. Und wieso ist das so? Können wir uns auch mal anschauen. Das ist recht logisch auch. Diese drei Zentimeter sind ja hier dieser Radius. Wenn wir diesen drei Zentimeter, wenn wir hier ein bisschen hoch gehen, sind wir immer noch in diesem Kreis. Das ist der Radius vom Kreis. Wenn wir den ein bisschen weiter gehen, sehen wir, das sind genau drei Zentimeter. Das ist nämlich der Radius von meinem Kreis. Unten ist es genau das Gleiche. Das ist auch der grüne Radius, drei Zentimeter. Und auf der anderen Seite bei dem blauen Kreis mit dem blauen Radius, da können wir die drei Zentimeter auch nach oben verschieben und einmal nach unten. Und dann sehen wir, das ist auch der Radius, drei Zentimeter. Wir haben also alle Seiten, haben eine Länge von drei Zentimetern. Und das ist auf jeden Fall unsere Raute. So, die Raute ist jetzt hier einmal grün markiert. Ich könnte die Raute auch drehen. Also die Kreise hätten gar nicht links und rechts nebeneinander gemusst. Ich könnte sie auch sozusagen schräg machen oder übereinander. Wie ihr seht, wenn ich diese Raute oder die Kreise drehen würde, würde die Raute sich einfach nur drehen. Ich hätte auch immer noch eine Raute mit einer Seitenlänge von drei Zentimetern. Ist also egal, wie ihr die Kreise anordnet. Aber wenn ihr sie nebeneinander anordnet, habt ihr auf jeden Fall, ja, macht es auf jeden Fall wie in unserem Beispiel. Und dann macht ihr auf jeden Fall alles richtig. Im nächsten Video geht es weiter. Da zeigen wir euch, wie wir sechs Ecke konstruieren können mit dem Zirkel und mit einem Geodreieck. Also bis gleich. Ciao, ciao.